Hallo und herzlich willkommen, wir gucken mal im Fortnite-Bergia-Shop, was solche Neues gibt. Und ja, los geht's. Wir haben wieder die Fukurama-Rachen im Shop, liebe Freunde. Gern haben wir noch die Nettelgarme von gestern, die ist immer noch da. Joa, von 2300, lieber. Die haben wir noch nicht, können wir auch einzeln kaufen. Ich muss noch mal erwähnen, die Erkungen haben wir keinen Po. Wir können komplett arbeiten, oder, Leute? Und die Oberweite ist auch okay, oder? Oder was? An die Männer. So, was kann man hier noch? Liebe Freunde, ja, okay. Das haben wir noch, das haben wir noch, das haben wir noch. Ja, okay, okay, ja, okay. Gibt's Neues, was hier ist geil? Da wollt ihr mich verarschen. Ja, und besondere Dinge sind heute auch nicht im Shop. Hm. Langweilig, der Shop zu... Langweiliger Shop heute, Leute. Dann gerne mal kommentieren, wie findet ihr den Shop? Ich finde den Shop langweilig heute. Kommentiert noch, ihr von den Shop haltet. Dann wünsche ich euch ja am Beginn beim nächsten Video wieder, oder beim nächsten Livestream, was auch immer ich mache. Bis dahin, ciao, ciao. Ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.